Haferflocken sind die Hauptzutat hier in meiner Müsli-Bar und ich esse die wirklich jeden Morgen und zwar direkt zum Frühstück. Warum? Weil Haferflocken nicht nur lange satt machen, sondern auch echte Fit-Macher sind. Wenn ich so eine Bowl hier morgens direkt zum Frühstück gegessen habe, dann brauche ich bis zum Mittagessen wirklich nichts mehr. Das liegt an den besonderen Ballaststoffen in den Haferflocken, den sogenannten Beta-Glukanen. Diese sorgen dafür, dass der Blutzuckerspiegel nicht ganz so stark ansteigt und das wiederum schützt vor Heißhungerattacken. Und Haferflocken enthalten pflanzliches Eisen. Ganz wichtig für alle Veganerinnen und Vegetarierinnen, die ja kein Eisen aus tierischen Lebensmitteln bekommen. Eisen trägt zu einem normalen Sauerstofftransport im Körper bei und das hält fit und wach. Im Körper des Hauses Statt Laughing Stattbeeld